Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead Space. So, ohne große Umschweife haue ich jetzt den Marker da auf diese Plattform. Mal gucken, was passiert. Oh man, ich fürchte nichts Gutes. Oh, fickle die, fuggle die, fuck, was ist das? Okay, Sequenz. Was? Oh. Ah, Nicole, was machst du denn da? Wir sind ganz. Aha. Ist das gut, oder? Irgendwie scheint mir das nicht so. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Äh, okay. Wo rüber? Hier. Da geht's durch. Oh, nein, 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 da war noch Munition. Okay, noch irgendwas? Sofort den Sektor rein. Ja, ich glaube, das lass ich mir jetzt zweimal sagen. Go, go, gib ihm. Hä? Ja, was ist jetzt los? Ah, boah, auf mich komm ich jetzt nicht wieder ein Viecher rein. Hä? Du. Sofort nicht im Ernst, wir glauben, ich würde ein Wettbewerb, oder? Ich bin schon klar. Der Mafer kommt mit dir. Nur eine Schammer. Nur eine Schammer. Nur eine Schammer hat sich zu nögen. Auch wenn er nicht ganz richtig im Kopf ist. Puffer ein Bett. Glaube mir nicht. Seh dich doch nur an. Oder besser noch. Wie hier das Video noch nie kommt hin. Und diesmal sollte es durch bis zum Ende kommen. Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es hat mir alles so schrecklich leid ... Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es kommt zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Jetzt endlich läuft es doch auf dieses andere kleine Ding hinaus. So ein kleines Ding. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Es tut mir leid. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Immer geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich geliebt. Was bist du? Du bist gar nicht gestört. Oha, ja, heftige Scheiße. Nicole war die ganze Zeit tot und hat uns trotzdem irgendjemand wieder geholfen, ihr Geist oder sowas in der Art. Sie hat sich ohne Giftspritze gesetzt und sich selbst umgebracht, als sie gemerkt hat, was da für eine kranke Scheiße auf die Schimura geht. Ja, kranker Shit. Der Mark ist jetzt wieder zurück. Äh, okay, und dann? Zum Landeplatz, alles klar. Oh Gott, das sieht wieder aus einem Raum aus, mit so einem Tentakelviech. Hm, da ist noch ein Energieknoten. Ich hoffe, ich gebe nochmal eine Möglichkeit, zum Shop zu kommen. So ein kleines Ding, damit meint sie sich wohl die Spritze. Oh, Shit, was geht da draußen ab? Hab ich irgendwas getroffen? Ne, das war aber nur so eine Erschütterung. Ach, komm schon. Er ist hier auch kaputt. Okay, noch mehr Munition. Ach du Scheiße, wie viel? Aber nicht wirklich viel von der, die ich brauche. Noch mehr Heilung. Noch mehr Heilung. Okay, zwei große Ermittler, das ist ein kleines. Einigermaßen. Ja doch, Munition war nicht gut. Ich habe Kontrollraum. Plasmaenergie. Na, nimm sie doch. Was ist los mit dir? Geht doch. Ah, okay, jetzt bin ich sogar hier schon. Äh, wo war denn hier der Shop? Ich glaube, da drüben. Ja, genau. Nice. So, ich vermute schon, dass das hier der letzte Part sein wird. Das ist schon ziemlich gegen Ende alles. Deswegen nehme ich mir noch ein großes Medipack. Und noch ein mittleres. Guck mal, ich habe drei große. Zwei mittlere. Ein kleines. Komm, ich nehme mir noch ein. Hoppala. Noch ein mittleres mit. Okay, passt. So. Ein Starzipack. Die ganze Energie verkaufe ich. Geistprojektile weg. Rebuttling weg. Alles klar. Der Rest sollte eigentlich so passen. Mal schauen. Ordentlich Heilung, ordentlich Munition. Das sollte schon gut sein. Hey, da ist noch mehr Munition. Das ist nice. Nice. So, an die Werkbank muss ich eigentlich nicht mehr. Ich werde nur nochmal speichern. Im Kapitel Totraum. Und dann gehen wir mal dahin, wo uns die Brotgruben hinführen. Ich soll jetzt wohl Nicole aufhalten. Wow. Äh, nicht Nicole. Kendra, meine ich. Ey, da ist noch so eine Kiste. Die habe ich von euch gar nicht gesehen. Vielleicht ist sie auch... LOL. Neu. Oha, die scheinen echt neu zu sein, alle. Ohoho. Der wischt mit ihr den Boden auf. Ach, du Kacke. Hat sich ausgekendert. Aber ich fürchte, dabei belässt er es nicht. Tentakel. Ach, du Kacke. Der müsste es nur noch zu drücken, nicht mehr am Arsch. Der schiebt hier mein Stuff rum. Oha. Ist das dieses kollektive Bewusstsein? Hehehe. Hi. Ich nehme mir mal so ein Explosiv-Dings, ne? Äh, muss ich diese gelben Dinge da zerstören? Oh boy. Okay, da hätte ich vielleicht nicht stehen sollen. Okay, eins ist voll zerstört. Oh, shit. Kann ich das hier verlangsamen? Ne, sieht nicht so aus. Aber ich könnte ausweichen. Ich sollte ausweichen. Okay, ich muss ihm wohl diese ganzen Dinge abklatschen, abschlachten, abschießen. Oh boy. Der wirft da Munition rum. Oh, nice one. Danke dir. Oh boy. Oh nein, nicht gut. Gar nicht gut. Äh, hallo? Also, dein Ernst? Ich kann nichts tun. Also doch, jetzt... Scheiße, ich kann nicht zählen. Oh nein. Das hier macht mich kaputt. Ja, kommt schon. Nein, ich will nicht drauf gehen. Ah, verdammt. Lade doch nach. Nein. Lass mich. Lass mich. Boah, fuck. Ach, du Kacke. Schnapp dir den Cutter. Junge, schnapp dir den Cutter. Hä? Ah, jetzt. Immer drauf da. Boah, nein. Ich hätte mir die Dinge wegschießen sollen, glaube ich. Oh Gott. Oha, wie viele. Okay, ich glaube, ich lasse mich einfach mal davon. Und die Ratschen. Ah, Alter, was ist los mit dir? Der geht ja völlig ab. Aber der hat die Dinger gar nicht mehr. Ach so, ich muss sie, der ist wegschießen. Oh boy. Ah, verdammt. Okay, jetzt habe ich gar nicht mehr ausweichen können. Uh. Jetzt umgekehrt, oder was? Der haut links, rechts zu, über Kreuz. Okay, komm schon mal auf. Okay, schön heilen. Uh, weg hier. Ausweichen. Geh bloß weg da. Komm schon mal auf. Ich glaube, der hat schon genug. Autsch. Ah. Weg, 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 weg. Ihr scheiß Viecher. Komm schon. Mach deinen ekelhaften Bauch auf. Okay, eins muss ich noch wegschießen, glaube ich. Jawohl, eins noch übrig. Das muss ich hier weg. Uh. Ja, geh auf. Autsch. Ja, gut, danke. Er hat es für mich aufgemacht. Loll, wo bin ich hier gelandet? Okay, ich war aber wohl... Autsch, verbackt. Äh, Heilung. Oh, da. Die Geringheit. Yes. Ich hoffe, es ist tot. Viel Zeug habe ich noch. Äh, nicht mehr viel. Es muss jetzt tot sein. Es muss einfach... Äh, du hast nichts Gelbes mehr. Bist du tot? Oh boy. Ach, du Kacke, war das knapp. Äh. Und es ist runtergewutscht. Puh. Was für ein Fight. Scheiß mich an. Den hätte ich jetzt nicht mehr gerne auf schwer gehabt. Der hat mir so völlig gereicht. Okay, ich muss da ins Shuttle. Das ist nur noch was für mich. Naja, aber da liegt noch Munition, glaube ich. Yep. So, mal schauen, gab es da hinten noch irgendwas Interessantes. Vielleicht ist ja noch was da. Jetzt so nach dem Fight. Was man sammeln kann oder so. Da ist der Marker. Muss ich den jetzt wieder vorbringen, oder? Nö. Das Ding zeigt hier hin. Bloß weg hier. Okay. Wenn Gewalt nicht hilft, ist es mehr Gewalt. Einfach draufklopfen. Alles klar. Nicht sie weg, Junge. Oh, da war der Planetenkern. Und das Planetenstück. Ach, du Kacke, der stürzt jetzt auf dem Planeten. Der ist noch voll am Arsch an. Was das für eine Energie sein muss, die da freigesetzt wird. Scheiße. Das müsste es doch eigentlich volle Suppe weggeblasen haben. Das erste Mal, seit Beginn, nimmt er den Helm ab. Hu, Isaac. Was für eine Runde. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit ihm... Miese Scheiße. Ja, Leute. Das war Dead Space. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen wie ich, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und es beendet das Game mit dem Schockmoment des Lebens. Also ich habe mich da beim ersten Mal durchspielen locker am meisten erschrocken von allen anderen Schockern. Mal lehnen sich zurück. Denkt, es ist vorbei. Und dann sowas. Ja gut, ich lasse euch jetzt hier allein mit den Credits. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich werde Dead Space 2 direkt nachlegen. Ich habe das hier schon neben mir liegen. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich habe Bock, Leute. Ich habe richtig Bock auf das Ding. Also genießt noch die Credits. Die Musik. Und ich verabschiede mich. Das war's. Das ist Let's Play von Thelboa, von Dead Space. Und wir sehen uns beim X-Mal. Haut rein. Und wir sehen uns beim X-Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020